Das ist Herr Müller. Herr Müller ist Vertriebsleiter bei einem großen Elektroartikelhersteller. Er plant eine große Rabattaktion für das nächste Quartal. Dies teilt Herr Müller Frau Schmidt mit. Frau Schmidt ist die Logistikleiterin des Distributionszentrums. Doch was bedeutet die Rabattaktion für Sie? Frau Schmidt hat den aktuellen Zustand ihres Lagers dank eines Monitoringsystems stets im Blick. Sie erhält eine Push-Nachricht. Diese signalisiert einen möglichen Leistungs- und Kapazitätsengpass für den Zeitraum der Rabattaktion. Frau Schmidt ist alarmiert. Es gelten neue Leistungs- und Kapazitätsanforderungen. Frau Schmidt muss ihr Logistiksystem umplanen. Mit dem digitalen Zwilling als Grundlage für Analyse, Planung und Optimierung ist sie für derlei Situationen gewappnet. Ihre neue Planungssoftware unterstützt sie bei der Anpassung der Prozesse und Techniken. Frau Schmidt werden unterschiedliche Lösungsvarianten vorgeschlagen. Die Lösungsvarianten führen sie schnell zu einem Ergebnis. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Anforderungen kommt nur die Einbindung eines Bodenlagers in Frage. Doch Frau Schmidt denkt an ihre Mitarbeiter. Wie bekomme ich alle noch so schnell mit ins Boot? Dank partizipativer Realisierung kann Frau Schmidt die ausgewählte Lösungsvariante bereits vor der Umsetzung bewerten. Und zwar gemeinsam mit den Shopfloor Mitarbeitern. Das neu geplante Logistiksystem wird in der virtuellen Realität abgebildet. Hier können ihre Mitarbeiter gestalterisch eingreifen. Aber das virtuelle Abbild des zukünftigen Systems kann noch mehr. Mitarbeiter können neue Prozesse und den Umgang mit den neuen Techniken bereits vor der Implementierung trainieren. Frau Schmidt kann aufatmen, da sie nun mit ihren Mitarbeitern einen reibungslosen Ablauf für Herrn Müllers Rabattaktion gewährleisten kann. Herr Müller dankt Frau Schmidt für die gute Zusammenarbeit. Die schnelle Reaktionsfähigkeit auf die kurzzyklischen Schwankungen findet er klasse. Unterstützt durch die Softwaremodule konnte das Distributionszentrum agil und flexibel an die geänderten Kundenanforderungen angepasst werden. In einem stark volatilen Markt sind Partner wie Frau Schmidt, die diesen Anforderungen gerecht werden, besonders wertvoll. Musik 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 Musik